oja was geht ab und mit info oder er eine warnung für euch zwar die quest letztens abgeholt und es war in den kader quest ja und ich habe sie verloren einfach weg ist sie endlich was da los zwar war mein beutel voll ich habe 1500 pokémon nebenbei ein bisschen geklickert nicht aufgeräumt nicht aufgepasst quest abgeholt was passiert ich werde ausgeschmissen das stand beutel voll okay kein problem dachte ich mir macht platz geht zurück zur quest und fangen sie problem ist die sache ist halt ich habe einen stapel dementsprechend dachte ich die landet im stapel hätte man denken können aber ein kollege von mir grüß dich peter krasser spieler aus münchen älterer her und er hat mir davon erzählt dass es ihm auch passiert ist und anscheinend stapelt das nicht und ja die quest war weg bei ihm nirgendwo aufzufinden passiert sehr schade bei mir ist natürlich sehr bitter für mich weil es in den kader war war kein gutes die wp habe ich glaube ich noch sehen können sonst hätte ich mich richtig aufgeregt aber ja sie ist weg die kollegin ich habe es erzählt sie hat es dann probiert hat ihren stapel gelöscht also sie hat das schon öfters erlebt und meinte jaja das landet alles im stapel ist dann den stapel durchgegangen hat alles gefangen und sie meint halt die pokémon die sie verpasst hat wo das passiert ist die waren dann nicht mehr im stapel bis jetzt vielleicht nicht mehr ganz so großes problem weil man die beutel jetzt auf 2000 erhöhen kann aber trotzdem sehr schade sowas sollte man eigentlich nicht passieren das pokémon ist einfach verschwunden in der matrix weg es ist einfach nicht mehr da nicht dass es im stapel oder irgendwie landet oder die quest hat immer noch da unten ist es einfach weg der enttäglich will man den kabel zurück aber ja das was von mir kleine info für euch passt auf wollen wenn ihr so was ab vor allem beim cd jetzt ohne menge gefangen wird beim super cd passt auf keine quest abholen wenn eure beutel voll ist das war eine warnung von mir leute und das war es auch schon wieder mit dem video wie immer liken subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist serious business